die ananas können wir jetzt erstmal eine zeit lang nichts machen ganz schöne zeit lang obwohl so lange ist es auch nicht so zack marien marien warst du kennst marien wenn wir den warte mal können wir den jetzt eigentlich rein theoretisch auch aufwecken wenn wir das lied haben weiß ich gar nicht ne können wir nicht okay wir brauchen wirklich marien alles klar dann kriegst du marien so ja um marien zu bekommen müssen wir jetzt halt an den strand gehen richtig denn dort wartet marien jetzt auf uns beziehungsweise dort sitzt sie und philosophiert über die welt denkt über die welt nach was übrigens aufgefallen ist gerade ich bin beim dritten boss nicht gestorben doch schon mal eine gute quote ne zweimal einmal null mal doch schon mal gut dass man vier muss werde ich wieder einmal sterben und zwei mal beim sechsten einmal im siebten null mal und beim achten einmal nice finde ich gut okay so einfach hier lang sprinten bräuchte echt bomben ne wie ich denn jetzt auf die schnelle bomben her shit ein upgrade ja aber dieses upgrade bekommen wir jetzt erstmal nicht eins zu früh hier unten wartet jetzt marien auf uns hallo oh die schön dass du hier dass mich besuchen kommst ja jetzt ein bisschen zu mir setzen und reden ach ja schöne manchmal frage ich mich woher diese palmen kommen marien sagt dass aus außer unserer insel nichts gäbe da draußen auf dem meer oder muss es etwas geben habe ich am strand gefunden die ich war ganz außer mir ich will zeichen der götter wenn ich eine möge wäre würde noch viel weiter nach draußen fliegen und für menschen zu sehen ich frage mich ob der windfisch mit diesen wunsch erfüllen würde würde er hallo die hörst du mir zu ich will alles über dich wissen was du denkst was du fühlst was du liebst was soll mit dir zum walrus gehen das klingt so geil was du denkst was du fühlst was du liebst ach warte warte ich war mit dir zum walrus okay ziemlich cool eigentlich gut können wir hier eigentlich den weg ich weiß es gar nicht glaube schon ja ich glaube schon ja der windfisch würde marien ihren wunsch erfüllen aber nur wenn wir nicht einmal gestorben werden das heißt im endscreen würde marien da als kleines vögelchen lang laufen lang lang fliegen also als kleine marien mit vögel vogel bzw möwen flügeln am endscreen bei den credits aber das haben wir uns leider versaut worüber ich mich aufregen könnte wir bräuchten bomben immer noch also ein bisschen doof für bomben zack zack droppen die nicht irgendwie mal bomben oder so komm schon gib mir bomben gib mir bomben irgendwie bomben irgendwo bomben alter komm schon super grab uns ein loch bis zum mittelpunkt der erde lol was kann ich ja noch gar nicht ist das cool wenn marien dabei ist und man gräbt was das dann passiert alter aus das cool das wusste ich gar nicht das wusste ich echt nicht das ist cool man lernt immer wieder was neues man lernt immer wieder was neues cool ok so wir haben marien und zack auch dein ernst ich bin falsch gelaufen und wir sind beim walros das war also soll ich jetzt ein wenig erschrecken ja klar mit musik erschrecken mit schöner lieblicher musik das erschreckt ihn auf jeden fall ich brauche wirklich bomben kacke ich brauche bomben er braucht gleich dringend bomben er hat sich jetzt aber erschreckt ja kommt ein hieschen ey ok hau ruhig ab ich brauche wirklich bomben denn wir können hier gleich ein herzteil holen und ich habe keinen bock hier noch mal her zu kommen shit gib mir bomben gib mir bomben nicht ein herzteil kein geld geld brauche ich nicht genug ich habe ganz viel bomben probleme ich habe mir bitte lieber bomben als irgendwas anderes shit als ob wir jetzt wirklich nirgends bomben sind kommt ihr bomben als ob die in mir spawnt die droppen auch keine bomben alter ist das nicht wahr es ist nicht wahr oh shit äh ja witzig ist die hitbox von diesem typen ist schon da wenn er noch gar nicht gespawnt ist das heißt wenn man schnell genug ist hat man da genug zeit um da eigentlich zwei ähm beide hinzuballern ich glaube dann ist der schon besiegt und hier brauche ich jetzt eigentlich eine bombe glaubst du ne bombe irgendwer hier von euch bombe als ob hier echt nirgends ach das ist nicht wahr ey das ist nicht wahr von euch irgendwer ne bombe herzen wow drop drop me your bomb oder muss man die irgendwie anders finden boah das wird grad gelaggt aber as fuck irgendwo ne bombe bitte ach kacke ey gut dann müssen wir nochmal her irgendwann scheiße einfach scheiße ich glaube dann lasse ich mich gleich von dem shopkeeper da nochmal umbringen und kaufe mir da ganz schnell bomben kommen dann wieder hier zurück und holen mir zwei herzteile ja wir kriegen hier nämlich zwei herzteile alter das ist das problem Mann das sagt grad oh der Schlüssel hat die Form meines Fisches äh sollte es zum Wasserfall in den Bergen gehen ja das machen wir auch gleich mach ich das zuerst ich glaube das mach ich zuerst ja komm machen wir das zuerst es klingt nach einem guten Plan Mann ja hier ist jetzt Marien übrigens wenn wir das Lied vorher noch nicht gelernt hätten um Windfisch dann hätten wir uns das da holen können von Marien aber naja so die Ananas die müssen wir später genau die kommt da oben erst irgendwann dran in der Nähe vom vierten Palast wir holen uns jetzt schnell die Bomben jetzt schnell die Bomben holen ob man echt irgendwo nirgends Bomben irgendwie ich hab das Gefühl ich droppe hier nirgends Bomben Mann ey ja ist okay ich weiß ist okay das nächste Mal kaufe ich ich bin schon so oft gestorben da macht das eine Mal jetzt auch kein Unterschied mehr aber sonst sterbe ich immer nur einmal weil ich hier halt ja weil ich mich hier halt immer umbringen lasse ach Mann das ist jetzt unlucky gleich droppe ich irgendwo ne Bombe ich wette es irgendwo droppe ich gleich ne Bombe das wärs ey zack hier kann man übrigens sehr gut Geld farmen wenn man den Bumerang hat das ist hier nochmal ach genau auf dem Friedhof müssen wir nichts machen wir können aber erstmal hier reingehen denn diese schicke Dame hier Gaia Walli geil geil cooler Name was ist Satz mit 42 Rubine für ein Geheimnis klar als Geschenke des Hauses werde ich all deine Herzen ja genau wir hatten jetzt so nen Zaubersaft sag ich mal geben so nen Zaubertrank halt ein rotes Elixier was unsere Herzen auffüllt falls wir sterben sollten das ist ziemlich cool also so wie ne Fee in anderen Spielen aber hier gibt's halt keine Flaschen oder so deswegen kannst du hier keine Fee einsammeln ja ja so wir ja müssen jetzt nur schnell den Weg zum vierten Palast aktivieren und der befindet sich positiverweise in der Nähe eines Teleporters erst mal hier aktivieren und schon ist es der vierte Palast der vierte Palast ist offen hier ist der Teleporter den wir auch äh sehr gut aktivieren oder sehr sehr ja der sehr wichtig ist weil man oftmals nicht immer wieder so viele Wege gehen will das ist echt ach Gottchen das ist anstrengend so dann holen wir uns jetzt schnell zwei Herzteile wenn nicht das Herzteil überhaupt ein Packet zu bekommen äh eins ist nämlich hier oben das ist leicht wie gesagt dann müssen wir halt da oben ne Bombe legen hier reinfallen und hier oben eine Bombe legen zack Herzteil richtig easy irgendwie da können wir uns gleich noch ne Zaubermuschel glaube ich holen genau so rein theoretisch ich glaube das ist auch ne Zaubermuschel die hole ich mir sonst nie genau äh es gibt übrigens äh mehrere Zaubermuscheln in dem Spiel nicht nur 20 es gibt glaube ich 23 oder so 24 Zaubermuscheln in dem Spiel es gibt ein paar mehr auf jeden Fall ein paar mehr Zaubermuscheln einen Moment mal eben so okay alles klar äh zack zack so äh so einmal brauche ich das genau ich weiß gar nicht muss ich da oben hoch ja ich glaube schon um irgendwas frei zu Bomben oder war das nicht so zack zack ach komm dann halt nicht genau zack was hier frei Bomben das musste ich nicht mal machen merke ich gerade shit das ist eigentlich eigentlich muss man sich da nämlich rüberziehen mit der ähm mit dem Enterhaken allerdings gibt es hier einen kleinen Trick und zwar kann man wenn man nicht zu doof ist so wie ich gerade kann man hier mit dem nein ah okay das war knapp kann man nämlich so dort hinspringen und das Herzteil vorher holen aber irgendwie nein ach komm zack nein ach komm ich bringe immer ein minimales Stückchen zu früh ab und drücke zu spät nach oben das ist nicht dein ernst oh man komm schon ach komm wow zack so jetzt haben wir es ei ei war ja auch ne anstrengend gut hätten wir das Herzteil okay das heißt hier haben wir jetzt nämlich alles abgeschlossen hier müssen wir nie wieder herkommen soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe also jedenfalls nicht in dieses Dorf also hier in der Nähe schon aber nicht mehr in dieses Dorf hier rein was ziemlich äh ja ganz gut ist toll okay dann 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 haben wir hier alles gemacht ne kann ich mir nutzen ja genau ich kann mir jetzt noch schnell ein Herzteil hier hinten holen was ich mir vorhin schon holen wollte wo mir aber Bomben gefehlt haben man so viele Bomben haben mir gefehlt und hier müssen wir nämlich jetzt zack so gut das mache ich gleich ähm hier kann man jetzt eine Bombe legen man denkt man ist nur für die Truhe da unten hier aber nein man ist hier für hier weiß doch nicht wie man darauf kommen soll aber naja ne so ach komm geh weg die Truhe hätte ich holen können ne scheiße egal da ist nichts wichtiges drin soweit ich weiß da ist nur ein Herzteil drin äh klar ist nur ein Herzteil drin Leute können wir hinten noch etwas machen nein da kommen wir später raus hier ist auch nichts wichtiges nein alles gut okay dann machen wir uns auf den Weg zum vierten Ballast würde ich mal sagen ja 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 so zack 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 das Götterhorn hätte ich mitnehmen können aber egal brauchen wir jetzt nicht so wirklich dringend zack zack Geld war in dieser Truhe drin glaube ich ich hätte es mal Rubine ja doch zack wow okay so hier an das Herzteil kommen wir leider noch nicht dran hier ist Geld eigentlich brauche ich kein Geld mehr aber warum auch nicht man kann es ja trotzdem mal holen ne man kann es ja trotzdem holen so da ist der Typ der die Ananas haben will die bringen wir ihm auch schnell hier ist ein Fake äh das ist eine Fake-Truhe da ist nur wieder so ein so ein blöder Blob drin zack ja ich hab mich mal laufen ist okay ich kann mich nicht mehr bewegen hast du zufällig etwas Essbares für mich ja hab ich und zwar dieser Ananas oder der gleich in einem Haps weg ein paar mehr Hapsen lecker lecker genau jetzt haben wir einen Blumenstrauß bekommen und jetzt ist es schon weg einfach so plötzlich ich glaub der hat sich so vollgefressen dass er explodiert ist oder so ich weiß es nicht was mach ich wir müssen hier jetzt runterspringen und sind im vierten Palast der Wundertunnel ach lol ja kriegt so viel Schaden so okay zack flex okay hier haben wir den Kompass drin und holen uns auch gleichzeitig noch einen Schlüssel gleich zack hä toll müssen wir da lang gehen ich glaub da muss ich gar nicht lang gehen ne zack diese Dinger müssen wir alle besiegen nein nein das fällt jetzt ins Wasser oder nein oh man hier haben wir den kleinen Schlüssel den ich meinte das war gut das war gut Maxi wow okay so jetzt müssen wir ich glaub da lang gehen ist recht unnötig ne genau das ja stimmt da müssen wir nicht lang gehen denn wir können das anders anderweitig können wir das machen und zwar rede ich hätte ich ein paar mehr Herzen wäre das gut hiervon da ist noch ne noch ne Kiste mit der Karte gut wir haben das Kompass Karte und Stein Dings so wir haben schon Einschlüssel genau den Einschlüssel brauchen wir auch nur oh Gott zack sehr gut oh Gott okay zack 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 okay das besiegen alles klar hier haben wir noch einen kleinen Schlüssel wir brauchen wir haben echt ganz schön wenig Bomben ne vielleicht hätte ich mir das Bombenupgrade holen sollen aber das können wir nach diesem Dungeon bekommen nach diesem Palast zack Bombe das war knapp das hätte ich gern bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal